Die Häuser vom Typ Klassiker mit Fronteingang sind um ein Geschoss gewachsen. Bei den Häusern vom Typ Klassiker Split Level bereiten Eisenflechter die Decke über dem Kellergeschoss zum Verfüllen mit Beton vor. Erste Decken über dem Kellergeschoss wurden bei dem Häuser Typ Freistehend Familia gegossen. Sechs Häuser vom Typ Freistehend Familia entstehen in diesem gezeigten Abschnitt. Erste Decken über dem An dieser Stelle entsteht nochmals der Typ Klassiker mit Fronteingang. Untertitelung des ZDF, 2020